Hallo, ich bin gerade hier in Tsengigi, also ich werde heute die Kunden abholen am Hafen von Bangsal, also Tsengigi ist ja etwa 20 Minuten bis zum Bangsal hin, aber es ist ja noch nicht so ganz optimal zur Zeit, und es fängt gerade an, also Tourismus fängt gerade an, bei uns gerade nach der Pandemie, und wir hoffen, dass erst dann schon mehr Touristen hier zu uns kommen. Heute fahre ich zum zweiten Mal zum Hafen, also nach zwei Jahren, dann komme ich zum zweiten Mal hier zum Hafen, und ja, der Hafen ist etwas beschäftigter geworden, und dann, ich hoffe, dass wir mehr Gäste haben im Garten, ja, und ja, dann schauen wir mal, wie Tsengigi aussieht, ja, gerade Richtung Hafen, und dann so sieht Tsengigi aus, ja, und ja, ist noch...